Vielen Dank für die Nominierung für das All-Star-Game. Wir würden uns freuen, im Februar dabei zu sein. Denn mit uns bestehen die Chancen 50-50, dass wir gewinnen. Wir dürfen in München an. Bei Zahl gewinnen wir, bei Kopf verliert ihr. Aber Torge, dann hat die Nationalmannschaft doch gar keine Chance. So ist es auch so.